großen herd großen herd da kessel haben wir keinen mehr der kessel geht aber schnell der war nur mit drei eisen gebaut muss der noch gebaut werden nein der muss ja nicht mehr gebaut werden deswegen kann man jetzt hier den großen herd auch schon bauen wir haben steine und ziegel und natürlich auch den kessel glaubt was fehlt ein stein warum kann ich nicht bauen benötigt werkstatt habe ich keine werkstatt doch ich habe eine werkstatt oder stein schließen holen wir das noch mal stein 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 kessel ziegel ziegel sehe ich da irgendwas ach das ist kohle ich idiot kohle kessel ziegel ziegel so da ist der herd sehr gut große herd gebaut dass wir hier zwischendrin dann mal abgebaut werden und banner wird gebaut flagge steht kampf um das ding hier aber vielleicht noch ein paar fallen oder sowas die können wir dann mal davor aufstellen das sind noch ein paar fallen die weht sogar die flagge das ist ja cool hat so ein bisschen was von siedler finde ich naja da muss jetzt aber wieder eine tür rein ne die haben wir jetzt die tür da kaputt gemacht die blöden fötte es müsste noch andere fallen geben außer die die immer kaputt gehen so fallen die man beladen kann oder so ich hab doch gesagt die sollte tiefer graben was soll das denn da kann eine fackel rein so da kommt auch eine fackel rein und ich brauche noch ein paar leitern holz habe ich ja eh genug so so leiter 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 da da und da wird noch raus gehauen kommen immer schön fackeln rein hier könnte man auch mal rein gehen so ach so das portal ist weg i'm sorry leiter so da kommt aber wieder erde rein dann kommt da treppchen so und das kommt raus da kommt noch erde rein das kommt raus das könnte auch noch raus kloppen da kommt auch überall erde rein das können wir noch mal drauf packen das kann man rausholen mein gott fleißige arbeiter sind das aber stroh doof so und da kommt auch eine leiter rein so und da kommt auch eine leiter rein sehr gut schön hier dicht machen hier dort könnt ihr auch alles raus holen das sollte doch für euch kein problem darstellen oder jungs natürlich nicht zapp 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 das kann auch wieder weg da kommt auch wieder erde rein das kann weg das kann ich stehen lassen hier muss ich wieder ein bisschen aufpassen dass sie mir nicht da wieder abspringen die idioten dass sie wieder glauben sie könnten fliegen und dann sieht man wieder wie sie ständig abgehen da kommt noch so ein ding drauf neues portal kann ich noch mit warten da kommt jungs ihr habt genug platz na also so da kommt aber wieder erde rein dankeschön und da auch da ist aber was für mich nahkampf buch ich habe ja wieder einen schwertkämpfer wenn ich mich richtig erinnere bergarbeiter buch moment da habe ich keinen mehr ach ist er gestorben ok dann bekommst du das und da ist mein schwertkämpfer da oben ist nix mehr dann brauche ich das also erstmal nur noch dafür na wo ist die erde der oben eingesetzt werden soll mein gott ich finde gut dass es hier ein so ein block gibt für erde dass das da so ein bisschen drauf steckt sehr gut das kann ich ja abbauen da kommt noch mal erde rein das kann auch wieder alles weg mein gott sie lernen ja sie lernen ja das läuft auf einmal so gut wie ausgewechselt sind sie und wieder eine reihe runter mein gott hier sind aber jetzt auch alle zwerge oder bevor die da wieder runter fallen da oben ist noch ein loch das müssen wir auch schließen also müssen nicht aber da muss ich jetzt aber aufpassen dann lege ich doch mal nach bevor ich das abbauen lasse dann bin ich da oben dann